Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles Kino und gleich Donuts. What? 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 Ja, man hört es wahrscheinlich nicht. Egal. Ja, weil ich fast gerade neben meinem... kein Deutsch. Weil neben meinem Fenster fast gerade ein... immer noch kein Deutsch. Egal. Blitz eingeschlagen ist. So. Nein. So. So. Mir ist schon bewusst, dass der mich gerade gesehen hat. Das ist mir auch bewusst egal. Weil wie gesagt, mir ist es egal, ob ich jetzt Gold oder so habe. Das ist mir relativ schnuppe. Ja, ganz ruhig. Ja, ich bin tot. Ich weiß. Oder auch nicht. Vielleicht bist du auch tot. Wer weiß? Jetzt sagst du, ich kann den nicht umbringen. Ah, jetzt. Haut es sich mal rüber gebeamt. So, du Freundchen, stehst du auch. Okay, hätten wir das. Warum kann man da raufketteln? Warte. Da rieche ich doch was. Ach so, da geht es weiter. So, da geht es weiter. Geht es da weiter? Ich weiß es nicht. Ja, den habe ich einfach weggeschnetzelt. Hallo? So, okay, da haben wir das. Das. Und ein Todessprung. Okay, das erklärt auch den Haufen und unten, weil wegen dem bin ich misstrauisch geworden. Weil die sind ja nie einfach so da. Auch im normalen Assassin's Creed nicht. Okay, was haben wir da? Eine geht immer hin und her. Der da drüben schaut immer in eine Richtung, oder wie? Oh nein, warte, ich mache das da mit den Säulen. Das ist eleganter. Elegantastisch. Nein, was? Der hat eine Armbrust. Oha. Ja, ich mache das jetzt ganz feige einfach. Ich mache das einfach ganz feige, ist ja egal. Geht er weiter? Nö, der geht gar nicht weiter. Ja, Junge, du bist halt echt ein Idiot. Ah ja, danke Gott. Ja, perfektes Timing, also da kann man nichts sagen. Okay, da haben wir sowas. Dann ist halt die Frage. Okay, das ist etwas kniffliger hier. So knifflig ist es eigentlich gar nicht. Ja, außer man teilt es halt so. Ja, dass sie alarmiert sind, ist mir doch wurscht. Ja, genau, trifft er mich da durch. Hat er recht. Ja, ich bin nicht da. Oh, Versteckungsgebiet. Ach so. Okay, das erklärt so einiges. Das erklärt natürlich so einiges. Da kann man ja voll abkürzen. Dann hole ich mir den Kack. Den Kack hole ich mir dann auch einfach. Sag ich, Schüss. Okay, ich glaube, noch feiger geht es auch nicht. Aber ich meine, es geht. Also, warum sollte ich mir da den Zwang antun? Das ist jetzt natürlich ein Fail. Ja, komm, halt's mal. Ich bin nicht tot, weil... Ich nehme ich keinen Bock ab. Wie bin ich in der Vorheraufkommen? Geht das auch so? Nö. Ja, dann machen wir's halt so, oder? Nein, nein, nein. Du bist ein Wichser. Das weiß ich schon. Verpiss dich doch. Run, boy, run. Dö, 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 dö. Hö. Puh. Das war noch mal gehörig knapp. Ah. Das war dann doch noch mal sehr knapp. Okay, was haben wir hier? Eine Menge Leute. Finde ich gut. Nicht. Attentat auf Mongolen. Eins von vier, okay. Und warum lag das? Ich brauche, dass das Garten geöffnet wird. Geh die Mongolen aus. Geh die Mongolen aus. Hm. Der eine schaut da immer nur runter. Weil dann ist er tot. Okay, was haben wir da? Okay, da kann man nur so reinklettern. So, er läuft ja bis daher. Ja, der läuft bis daher. Gut, dann ist er weg. Tschüss. So, dann haben wir noch dich. Okay, das ist ein Kackboden. Und hier machen wir das eleganter, würde ich sagen. Also, den Kackboden brauche ich ja gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den, oder warum ich den verwenden sollte. Okay. Ah, schließt das erste Tor. Wir müssen die drei Tore schließen. Alles klar. Die Musik gerade war ziemlich cool. Finde ich. Gold. Ja. So, der läuft nicht. Ah. Junge, Junge. Das schafft sie nicht. Boah, ist aber nicht viel weit. Okay, es ist schon ein bisschen weiter so drüben. Ja, wer halt nix trifft, ne? Boah, die, die pissen mich sahen, diese da mit dem Schwert. Die sind richtig nervig. Du schleicht dich da. Oder wenn nüchtern. So, tschüss. Jey, hätten wir das auch. Okay, das sind noch leeren Pfeifen. Da komme ich gar nicht hin. Boah, ich muss sagen, die Fahnen, die finde ich, schauen echt geil aus. Also, der Grafikstil ist echt neus. Na, neus. Hui, ein komplett unrealistischer Sprung. Hui. Jetzt geht's ein bisschen gejumper. Zack, zack, zack. Mit meinem Mega-Über-Über, genau. Gut Deutsch. Gott. Mit meinem Mega-Hyper-Hochleistungs-PC, der nicht einmal das Spiel druckt. Und dauernd abschmiert. Generell bei allem abschmiert. Wahrscheinlich auch bei Minecraft. Ja, haben sich die 1500 Euro Investition gelohnt, oder? Faller, Faller. Nein. Nein. Okay, das ist jetzt eher schwieriger. So schwer ist es dann auch nicht. Also, dass ihr ihn jetzt nicht umgebracht habt, das ist eine Schande. Faller mich hämmernd auf die Taste, aber nö, auch nicht. Brauche ich nicht mehr. So, Junge, stelle ich wieder in deine Mitte. Wir sind auch eben reich der Mitte, also. Meine Güte, heißt. Dass sie den nicht umbringt, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch nicht verstehen, so schnell. Der Warn schottet mich sicher mit seiner scheiß Armbrust. Nein. Nein. Ich habe nicht den Befehl gegeben. So, jetzt. Darf ich jetzt mal? Nö. Okay, das geht nicht. Gut, andere Taktik überlegen. Passt, habe ich verstanden. Also, manchmal, ne, da frage ich mich halt nur. Jetzt kommt der natürlich wieder. Okay, da oben ist so ein Wachmeister, Abi. Und bei ihm geht das, oder was? Wow. So, du haltest schön drauf das Maul. Danke für die Schriftrolle. Mädel, magst du dich bewegen oder nicht so? Das ist alles ganz sneaky geholt, da. Okay, da ist gleich der nächste Mongolenwärter. Sind wir da? Da haben wir nichts. Oh, da geht es weiter dann. Okay. Da drüben geht es dann weiter. Okay, der hat auf jeder Seite einen. Warum geht das so darüber? Ich verstehe es nicht. Also, manchmal, äh, es ist... Warum geht das hier rüber? Ich hab, ich hab auf den Scheiß... Ja, jetzt stirb ich, weißt. Ha, wie... Ich drück doch auf X und nicht auf rüberklettern. Was soll'n die Scheiße? Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Scheiß ernst. Alter, also, manchmal, macht mich das aggressiv, du. Puh. Jetzt kann ich nur hoffen, dass du BZ nicht abschmiert, weil dann... Dann schlage ich da irgendwie, das sag ich euch. Normal werde ich ja nicht schnell aggressiv, aber... Ne? Also, im Rahmen. Ja, dann bring den doch halt um, Mädel. Danke. Also, du schleich dich besser schnell darüber. Du dich auch. Okay. Ich werde nie gut in Chinesisch. Ja, Donnerhals mal. Madonna. Ha, ha. 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 Ah, das Lustige ist ja, da komme ich ja nicht vorbei. Da komme ich ja nicht wieder rauf, so leicht. Okay, das ist gefinkelt, als ich dachte. Okay. Der schaut sich nun wieder um. Ah, der, der eine schaut immer nur nach rechts, der Mongole, oder? Da dreht er sich auch um. Puh. Dann war es das mit den beiden. Und wir gehen mal weiter. Und hüpfen wir in unser nächstes Glück. Uuuh. Hart oben, unten. Ich gehe mal unten, weil ich brauche die Dinger. Schau, ich habe mega Skills. Oh, und ich sehe gerade, da hätte man auch rauf können. Na, Gott sei Dank, ne? Na, Gott sei Dank. Okay, da ist das nächste Tor. Okay. Da oben. Ist nix. Okay, das ist mal interessant, weil da nix ist. Weil, dann wird man gleich neugierig, ob da nicht doch was ist. Und wieder was ist. Oh. Eine mysteriöse Luke. Und was in dieser Luke ist, das sehen wir im nächsten Part von Assassin's Creed Chronicles, China. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020